der Junge da ist wieder euer ChilioDog und wir waren hier stehen geblieben nachdem wir endlich den Gang gefunden haben das Wasser ist abgeflossen ja das ist schön so wo zur Hölle bin ich hier äh ich will in den Kanal wieder auch jedes entgegen Ausgaben oder sowas den ich nicht benutzen wollte ja wenn wir jetzt mal herauf zu finden dass man hier schnell schwimmen kann ja ja da war ich so begeistert worden und über das Wasser wieder hoch davon bin ich nicht so begeistert das weiß ich den Weg nicht mehr da ich das letzte Mal erst gestern gespielt habe ich glaube ich habe und hier der Weg gewesen wäre ganz wichtig machen schnell aber jetzt haben wir es überläuft und und jetzt noch und hier verkehrt ist gekämpft mit später das geben Köln Köln und die Tiefel ausreichen der hier merkwürdigerweise ganz anders heißt da wird Bocchi oder so ähnlich ist er Bocchi 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 das war schon fast aus wie eine Schädelbubbe Higgy und da oben und zum Beispiel da oben und ein paar Schädenpies und wir können weiter Köln Neuheit nicht fallen die Eichwärtser und unter und es ging schnell als erwartet auf jeden Fall gehe ich hier runter und da wieder rein weil sonst schieße ich mich ja wieder raus und das wäre nicht mehr oh genau da rein wollte ich so ach so mach so holt den Wolf ab um dann nach zwei Minuten zu fahren da knapp drei Minuten dass hier ein Speicherplatz ist klar ok Köln der Fernseher Köln 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 in Europa ledig Köln 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 die Maserke weiter oder auch nicht ja doch wir wollen Wau das muss Prozent Pellow sein das ist eine Zunge oder was ja der hat aber auch soll das so sein die Köln Klaus auch wiederum Postkamp Köln 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 das Zimmerservice mag mich wohl nicht wo ist mein Plätzchen ah ist klar ist klar ist klar leider ruhig bleiben Köln Köln T Köln 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 ich werde so machen nein das wollte ich nicht machen Guck was das abzieht ja dann das Special ist total überflüssig ich finde sie dann nur als Happy Regen Köln Köln es nicht ausschalten der Hunger der Huber wieder in unserer Welt der hat und so wird hier aufgefressen der gar nicht dafür muss jetzt leiden also unterbrechen so hat die Regen auch nichts mehr da er unsere Wolke aufgeschlagen steckt im Körper ich bin den Kopf voll Stroh gibt mir ne Vogelstärke ah ah ich glaub ich hab grad was ganz anderes gelesen als der Stand das ist jetzt nicht wahr leute ich bin eine Vogelstärke ich kann nicht attackieren ich kann kein Items benutzen ich kann Special ich kann special benutzen und das schaubig also schaubig ist er nicht erworben abgesehen was soll das dieses Mal eine Vogelscheuche Schlafsauce vertreten wo du musst das Arbeit wird die Füße wehe ich möchte wieder normal werden und ich möchte wenigstens der Schlafen ja komm ich hab keine Warn und das hat mir gerade jetzt fußt er wieder auf hier und mach jetzt endlich wieder Mario so 42 warum müssen wir so viel mehr Leben haben als wir nur den nächsten Mal kommen wir leben noch und dann setzen wir mal ein Heilpilz ein und auch nicht weil wir jetzt wieder hp wie wir machen und vielen Dank 35 und ist dann wieder voll das wäre wirklich shut the fuck nein nicht wirklich oder das wäre ein bisschen zu hart für dieses Kinder-Spiel nicht der sagt das für mich oder Prozent 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 und das ist ein Pilser nicht nur noch die Regen auf Marien und könnte Schlafstuhl die die Augen das wird die nicht weil wir schweinert werden der Jaa... Ne? So... Jetzt müssen wir hier wieder die Defense... So... Ist ja egal... Ach... Hier... Komm... Eine Runde, in der nicht angegriffen wurde... Einer von sonst... Kann die Hau schalten... Der Hunger... Der Hunger macht... Ja... 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 Wie heißt er so schön? Der Hunger treibt's rein... Dudumch... Hohohohohohohohohoho... Zerstör mich doch... Du besiegst mich nicht... Das Wasser... Was zur Hölle... Down... Okay... Den hab ich mir doch etwas schwieriger vorgestellt... Nein, wir sind einfach so imbar... Als wir Level 6 sind... Und... Supersprung alert... Ja... nun die Demokriff ist die Proben die Ehre zu haben ist das kann die Aussprache Prozent der Ostermächtig Psycho Fahrt oder so ähnlich ist das Prozent gelogen hat gelogen als er das mit dem wasser sagte gesagt hat oder etwa nicht Prozent wozuhelle ist das Jani ist klar alle und wozuhelle kommt dieser Tat jetzt her während Mario dort total merkwürdig aussieht dies ist der Niedersfluss mit seiner Klärfunktion ich darf es bei dem wasserfall bewegt sich dann nach links das sind münzenein wie kann es auch so gut schenkt ok ja ich werde hier mal versuchen alle Münzenein zu sammeln Kuh und mehr oder was Kuckuck Prozent das kennenlernen Rügelin ein kann ich nicht und wir sind nebenkanal ist klar hier lang richtiger Entscheidung Nö ich lass uns kommen kommt wieder auf gespieß zu werden auch also ich habe größtet die Grünmünzen eigentlich glaube ich habe irgendwie ist der Schilder Kumpel auch auch 8 zu müssen Traumler Lalalala Das haben wir auch im Vorstand schon gesehen Nein, die Erklärung war auch noch nicht Ja, ok Ich glaube, ich mache alles verkehrt, das man verkehrt machen kann, hier Ja Ich mache jetzt hier einfach Ich bin irgendwie zu dumm dafür Warum zur Hölle? Nein, ich will doch gar nicht Oh 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 Bis zum nächsten Mal. Ciao.